Hallo und herzlich willkommen bei BAS Tuning. Wir sind heute auf Werkstättsrufe bzw. wir haben schon einige Funde und wir wollten das Video zuerst eigentlich schon am Dienstag drehen. Das Problem war allerdings, wir sind nachts hingefahren, also das heißt, es war dunkel. Wir wollten nachts hinfahren und es war aber vom Film her so schrecklich mit der Belichtung und sowas, dass wir gesagt haben, das wollen wir euch nicht antun. Deswegen machen wir das Video jetzt. Wir werden euch die Werkstatt natürlich vorstellen. Es wird höchstwahrscheinlich unsere neue Werkstatt sein. Höchstwahrscheinlich. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die Kulisse gefällt uns. Ansonsten habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass wir jetzt tatsächlich in der Firmengründung mittlerweile stecken. Und also nicht wir zwei nur, die ihr normal vom Channel kennt, sondern der Nico wird auch noch dabei sein. Genau. Wird auf jeden Fall eine anstrengende Sache. Aber wir haben da auf jeden Fall Lust drauf. Wir wollen es auch durchziehen. Wir wollen euch natürlich auf dem ganzen Weg, wollen wir euch dabei haben. Wir wollen euch zeigen, was wirklich so hinter einer Firmengründung steckt. Wie es mit Werkstatt aussieht. Natürlich bleiben aber diese ganzen Tutorial zu Golf 3 und sowas BMW kommt auch alles noch, sogar noch unzensiver. Genau. Das war im Grunde der Plan. Und wir nehmen euch jetzt dann einfach mal in die Werkstatt mit, zeigen die euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später. So Freunde, wir sind begeistert. Wir haben unseren Mietvertreib unterschrieben. Das Ganze heißt so viel wie, das ist unsere neue Werkstatt. Ihr müsst euch das dann so vorstellen. In den Clips habt ihr immer nur, also die Werkstatt gesehen, wie sie eingerichtet sind. Ihr müsst euch das jetzt hier, kriegen sie dann komplett leer. Und das wird so geil. Das wird so geil. Also wir freuen uns alle richtig. Und ja genau, das war dann auch das Video Werkstatt suche. Komisch, dass es im zweiten Part einfach endet. Also so viel war es gar nicht. Aber wir werden euch auf jeden Fall den restlichen Weg noch mitnehmen, wie es aussieht, was wir machen werden. Und ja, dann danken wir fürs Gucken. Haut rein. Ciao. Wir hoffen, unser Video konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung oder eventuell sogar ein Abo da, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Weiter Tutorials findest du auf dem Channel von uns oder in der Videobeschreibung. Falls wir ein Thema noch nicht behandelt haben, was du suchst, sag es uns bitte, schreib es in die Kommentare. Wir werden das so schnell wie möglich drehen und hochladen. Ansonsten fahrt tief und haut rein.